Musik Leo, wo fliegen wir dann hin? Ja, genau. Ja. Servus, oder? Ja. Musik Es hätte nicht besser kommen können, wenn man auch bedenkt, dass wir momentan in Deutschland viel Schnee haben und Kälte und hier haben wir eigentlich ein tolles Klima, einen super Platz, sodass wir uns eigentlich mal zu ideal vorbereiten können auf die zweite Hälfte der Saison. Also ganz, ganz toll. Jawohl, und zeigt euch! Bewegung! Ja! Gut gemacht! Okay, umwechselnd. Super! Du musst dir anschauen, was brauchen die Torhüter, einen Blick dafür haben, welche Schwächen haben wir dann zum Ausgleichen, aber nicht nur an die Schwächen arbeiten, sondern auch an die Stärken, dass man das nicht vergisst und ja, einfach ein bisschen eine gute Laune mitbringen, natürlich ein Ehrgeiz auch, aber der Spaß muss immer dabei sein und was bei den Keepern ganz wichtig ist, ich brauche immer einen Ball, weil ohne Ball geht es gar nicht. Ja, das Ausbrennen ist ganz wichtig. Gerade jetzt bei Spielerinnen, die natürlich heiß sind, die eine lange Reha-Phase vor sich haben, wo sie wirklich nur drinnen waren, wo sie Kraftaufbau gemacht haben und an der Muskulatur gearbeitet haben. Dann denken sie, okay, es geht jetzt und dann wollen sie natürlich von jetzt auf gleich wieder auf den Platz und dann ist es natürlich wichtig, dass man der ganzen Verletzung Rechnung trägt und einfach sie ein bisschen ausbremst und wirklich schaut, dass es das Ganze auch Sinn macht. Es sind super Bedingungen hier, tolles Hotel, warmes Wetter, einfach schön draußen zu sein, bei der Mannschaft zu sein, trainieren zu können. Absolut richtig... Hallo! 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 Heute Abend ist ja das Spiel, jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du dich schon freust. Ja, klar freue ich mich aufs Spiel. Willst du spielen? Ich denke ja, ich bin fit. Also spricht quasi nichts dagegen? Nix, gar nix. Mega geil, also ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt. Ich war bis jetzt zweimal in Amerika, aber die Stimmung, die war echt kompassisch. Hat einen riesen Fang gemacht. Hallo! Vui! Hey! Yeah! Anna! Anna! Das war nur Aufwärmphase jetzt. Wir sind raus. Vielen Dank für die Amerikaner kommen. Ich wünsche, dass sie jedes Jahr kommen. Mir ist an mir. Ja!